Ich habe noch nie in meinem Leben sowas mit Glücksspiel zu tun gehabt, auch nicht mit so Automaten, nicht so wirklich, aber mich interessiert echt, wie funktioniert sowas eigentlich? Ihr kennt mich ja mittlerweile, wie findet man am besten raus, wie das funktioniert? Richtig, indem man was selber baut. Deswegen hatte ich die Idee, lasst doch mal so einen eigenen Glücksspielautomaten bauen. Und natürlich Leute, ich glaube, da brauche ich euch gar nicht sagen, bei Glücksspiel immer vorsichtig sein. Die Sache ist jetzt nur, ich brauche jetzt keinen Glücksspielautomaten für zu Hause, will aber trotzdem einen bauen. Deswegen dachte ich mir, ich baue einfach einen für jemand anders und zwar für Knossi. Das Ding ist nur, Knossi weiß halt nichts davon. Wir haben hier mal so ein professionelles kleines Modellfolge gemacht. So sieht der Kleine aus, mal gucken, wie geil der Große wird. Ich habe übel Bock. Let's go. Warte, da sind die Weigen jetzt. Das heißt, die schnambeln jetzt erstmal auf die Höhe von dem Ding zu. So. Dann machen wir es. Habe ich noch nie gemacht. Geil! Da sind überall Späne hier. Jetzt habe ich dann noch richtig Bock, was? So die ersten Schrauben da gleich rein zu hauen, das wird geil. Gut, das heißt, jetzt machen wir erstmal das Gerüste zusammen. Das Ding wird echt nicht klein. Das wird echt nicht klein. Wir haben es bei den richtigen Handwerker. Ne, das ist unangenehm. Ich habe mich so, was denkt sich, Knossi, wir haben ihn so einmal getroffen. Und jetzt brauchen wir ihn als Alibi. Jetzt brauchen wir ihn als Alibi, um ein Auto mal anzubauen. Und schnell hier. Freut mich aufs Verkabeln. Oh mein Gott, ja. Könnte auch einfach ein Riesenstuhl sein. Wenn man Angst hat, der ist auseinanderfliegt, Alter. So, das Plexiglas ist dran. Und das muss abgescht werden. Okay, let's go. Ist das dran? Oh, geil! Alter, das ist so weit gekommen, nochmal. Aha. So, die andere Seite, oder? Ja. Jo. Anders, krass. Rückwand? Rückwand? Rückwand. Hier ist ein Losweiherschraube. Huch. Selbst wenn man keinen Ausfaster schiebt, hält das. Ist doch gut. Hier hauen wir die Knöpfe rein. Hier schneiden wir den Bildschirm nochmal raus. Ist doch geil, oder? Jetzt, wo der Automat doch halbwegs unten steht, das ist Grundkonstrukt, müssen wir erstmal die Slot-Machine da drin bauen. Und dafür haben wir uns ein paar Sachen besorgt. Zum einen, so richtig geilen, alten Computer und noch geileren, alten Monitor. So richtig schul viel. Und auf dem Computer läuft dann ein Unity-Programm mit einer Slot-Machine. Da haben wir uns einfach so ein Projekt als Basis genommen. Bei uns funktioniert das intern so, dass jedes Mal, wenn du aufs Spin drückst, eine Zahl zwischen 0 und 100 Gene gibt wird und dann abhängig von der Wahrscheinlichkeit der Symbole halt die verschiedenen Slots aufgefüllt werden mit den Symbolen. Außerdem sollte es ja noch cool aussehen, deswegen müssen wir noch alle Grafiken und Animationen machen. Wir haben jetzt... sechs Stunden später? Sieben Stunden? Ja, irgendwie so. Irgendwie so war doch nicht weh. Aber alle Grafiken sind fertig. Ich finde es echt geil geworden. Einige Animationen auch gemacht und so. Zum Beispiel hier sowas hier. Ja, ihr seht schon, es gibt ganz viele Grafiken. Heute ist der große Tag. Heute mache ich den Automaten an. Ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal hier ein bisschen Schutz für den Boden aus. Das letzte Mal, wo ich gestrichen habe mit Fassi, war die Farbe überall nur nicht an der Wand. Guck mal, ich habe mir sogar erste Sachen angezogen, wie Farbe bekommen dürfen. Oha, die gegnt entdeckt ja übel gut die Farbe. Findest du das eigentlich auch irgendwie so satisfying? Streichen. Ja. Heute ist der spannende Tag. Heute bauen wir alles zusammen. Heute kommt der Bildschirm hier rein, heute kommen die Knöpfe hier rein, heute kommt der Computer hier rein, heute kommt die Leuchtschrift da dran, heute haben wir die Logos hier dran. Und hier haben wir schon den Bildschirm hin, den haben wir auseinander gebaut, weil wir quasi nur diese Parts vom Bildschirm hier brauchen. Es ist scheiße viel, was wir heute vorhaben. Am besten teilen wir uns auf, ne? Ja, hier. Soll ich malen? Du malst. Okay, komm. Willst du den Bildschirm einsetzen? Nee. Du setzt den Bildschirm ein, ich mal hier vorne die Sachen an und dann sind wir, weil wenn wir alles nachhören, dann machen wir das jetzt so morgen. Ich glaube, das geht ganz gut. Ich habe ein gutes Gefühl, weiß ich. Weißt du schon drin? Ich weiß nicht, ob ich auf dein gutes Gefühl vertrauen soll. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Wenn der Sonne weiß noch an und an und an kommt, dann passt das. Das lassen wir erstmal trocknen. Dann setzen wir jetzt mal den Bildschirm ein. Ich glaube, der funktioniert überhaupt noch nach der Ausbauaktion. Dann passt das. Und? Ich finde jetzt gar nicht so richtig spannend, wo man jetzt wirklich die Technik anschließt, ne? Der Monitor auf Anstellen. Das sind übrigens die Knöpfe, die wir jetzt gleich vorne reinbauen werden. Und hier ist ja der Monitor drin, der dann hoffentlich gleich funktioniert. Und hier haben wir eine Tastatur reingebaut. Und das Programm funktioniert quasi so, dass man dann beispielsweise auf die Leertaste den Spin programmiert. Das, was wir machen müssen, ist also hier den Knopf reinzubauen. Hier dann irgendwie eine Verbindung zwischen Knopf und Tastatur. Und das heißt, wenn man auf den Knopf drückt, guckt man eigentlich eine Taste auf der Tastatur. Gut. Machen wir mal an, oder? Hier kostet noch meine... Okay. Okay. Das ist killer. Also der grüne Knopf, der wird für Spin. Das hier wird mehr Einsatz und das hier wird weniger Einsatz. So, wir haben jetzt hier den ersten Knopf drinne. Sieht schon ziemlich geil aus. Wir haben halt irgendwie kein passendes Verbindungsteil gefunden. Deswegen male ich jetzt selber eins. Damit wir die blöde Tastatur mit den Knöpfen auslösen können. Okay. Also folgendes, Leute. Schaut mal kurz hier rein. Das sind so Stäbe. Und wenn ich die drücke, dann drücken wir die Tasten. Aber ihr seht, die Stäbe, die sind so ein bisschen wackelig. Da muss ich irgendwie reinklettern. Und 3D-Pen. Okay. Das geht los. Dann. Ein Satz geht nicht. Anderer Einsatz geht auch nicht. Da dachte man einmal, man hat eine geile Lösung mit diesem 3D-Pen, ne? Aber kommt einmal gegen diesen Automaten ein bisschen. Schaut mal hier, Leute. Da fehlt ein bisschen was, ne? Die Scheiße ist nämlich einfach abgebrochen. Jetzt musst du so, wie wir irgendwie es hinbekommen mit diesen blöden Knöpfen hier, die eigentlich nur das hier machen, Tastatur gedrückt zu kriegen. Das hat also mal so gar nicht funktioniert. Deshalb haben wir diese Verbindung komplett ohne die Spieße gebaut. Nur mit dem 3D-Pen. Und ja, so ein bisschen unser Gehirn dabei verloren. Genau. Lalalalalala. Ey, der hat halt eine Stunde gedauert. Da muss ich es dreimal machen. Ey, das hat sich jetzt 3, 4 Stunden gezogen. Das ist die scheiße. Übelkrasse, ne? Knöpfe an auf einmal, ne? Jetzt lässt es mal auf unsere Knöpfe gehen. Erstmal den Spin-Knopf. First things first. Au! Tastatur ist auch nicht drin. Ja, moin. Jetzt nochmal, komm. Ja, guck mal. Alter. Am nächsten Morgen haben wir noch ein paar Upgrades gemacht. Zum Beispiel die Krone, ein neues Leuchtschild, was noch nicht leuchtet. Deshalb bauen wir dahinter noch eine steuerbare LED-Leiste. Der Test. Oh! Geil. Das ist jetzt wirklich ein cooles Schild, Alter. Das erste war echt wack, aber das ist jetzt wirklich cool. Ich muss sagen, das kann man hier nach oben tragen, bauen die Seiten noch alle hier dran. Und dann können wir uns mal ganz entspannt vorsetzen, wo ich bin spielen. Weil hier ist ein bisschen wenig Platz dafür. Junge. Wohin? Alter, ist der große Junge. Jetzt das Punktstück hier. Ready? Und? Ja, jetzt erstmal ein paar geile Shots. Oh, geil, ey. Alter, krank. Brauch ich selbst, ey. Das sieht geil nach Holz aus. Nee, oder? Komm, man auszummeut, Farbwechsel und... Oh, geil. Kann man da quasi wirklich ein Game spielen? Ja, das muss ich verglichen. Boom, 200. Ja. So, und jetzt spielen wir. Ja. Oh, oh, oh. Du kannst wegen dem Streams spielen. Ah. Aber du kannst auch Stop drücken. Oh, oh. Dude, abgerissen. Echt geschehen? Ich hab selber doch gar nicht dich hier hingesetzt, halt. Aber, warte mal. Okay, mal komm, wir machen mal, wir machen mal, wir machen mal, wir machen mal, wir machen mal einen hunderter Einsatz. Und? Oh, komm. Oh, die Eigel. Oh, der, Alter. Ja, Knusti, wir zocken uns noch ein bisschen und ja, der Schilder ist hier ein bisschen rum und falls ihr den haben willst, melde ich bei mir. Wir bringen die den da vorbei. Hey, 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 hey.